Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Schlogger ist eine Illustratorin, Melanie eine YouTuberin. Gemeinsam behalten sie ihr Doppelleben für sich und geben vor, die perfekte Podcast-Paarung zu sein. Doch ich, der Adoptivstu, ein cleverer, gutaussehender und charmanter Telepath, kenne die beiden aufregenden Geheimnisse, ohne dass sie es wissen. Und damit willkommen beim Tele-Stammtisch-Codename-Besprechung. Hallo Schlogger, hallo Melanie. Hallöchen-Pupöchen. Hallo. Ja, ich habe mich selten so gut für einen Podcast vorbereitet wie für diesen. Das ist gelogen, ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ich habe nämlich nur diesen Film gesehen, der da heißt Spy X Family Code White. Wird das X eigentlich ausgesprochen? Ich habe gelernt, bei Godzilla X Kong hieß es wohl, das X bleibt stumm. Das habe ich auch gehört. Habe ich auch gehört. Finde ich total weird. Dann lass es doch einfach. Mach einen Schrägstrich hin, einen Slash oder so, anstatt einem X. Das geht an euch raus, Sony und Crunchyroll, die diesen Film am 23. April in die deutschen Kinos bringen. Und der basiert auf der Anime-Serie Spy X Family. Und wer von euch kennt die Manga-Vorlage und wer von euch kennt die Serie? Ich bitte um Aufklärung. Melanie, wie ist dein Start? Manga, nein, Serie komplett gesehen. Ich habe Serie nicht gesehen, aber den ersten Band gelesen. Oh. Gut. Das ist toll. Dann haben wir hier zwei Fachkräfte zur Hand, weil ich wusste nicht mal, dass es dazu ein Manga gibt bis vor zehn Minuten. Und ich habe von der Anime-Serie erst was gehört, als Melanie mir sagte, da gibt es irgendeine Anime-Serie. Guckt die doch. Und meine Antwort war nein. Deswegen bin ich tatsächlich derjenige, der hier so ein bisschen, der das Greenhorn ist. Ich wusste wirklich gar nicht, was mich erwartet. Mir wurde aber im Vorfeld gesagt, man kann das auch gucken, ohne die Serie schräg schräg in Manga zu kennen. Ob das stimmt, das werden wir gleich klären. Vorab müssen wir aber erst mal ganz grob sagen, Spy, der ist Zeichen, Family, Code Wide, worum geht es eigentlich? Schlöger. Leere uns auch. Genau. Ich habe ja gesagt, ich werde hier sagen, um was es geht. Aber, lieber Stu, ich fände es großartig, wenn du als jemand, der keine Ahnung hast und der behauptet hat, dass man den Film gucken kann oder dass jemand das behauptet hat und dir gesagt hat, ohne dass man weiß, um was es geht, fände ich es schön, wenn du uns hier mal versuchst, eine Zusammenfassung zu sagen, um was es denn bei dieser Familie und bei diesem Film überhaupt geht. Das ist gar kein Problem. Okay, da ist eine Frau, die ist Spionin oder Auftragskillerin und die hat einen Freund, einen Ehemann, der ist auch Spion. Und anscheinend ist es wohl so, dass die beide nicht wissen, das ist so ein bisschen wie Mr. Mr. Smith, verstehst du? Dass die dann nicht voneinander wissen, welchen wirklichen Beruf sie haben. Also das wurde mir gesagt. Ich hatte das Gefühl, dass die es aber wissen. Also in dem Film zumindest. Ich habe keine Ahnung. Nein, du wirst es nicht. Und die hat, okay, ist okay. Dann haben die eine Tochter, von der ich auch nicht wusste, dass es nur die, also nur in Anführungszeichen Adoptivtochter ist und die kann Gedanken lesen. Aber irgendwie auch nicht immer. Aber oft genug, um zu wissen, dass ihre Adoptivmutter eine Mörderin, also eine Auftragsmörderin ist und ihr Adoptivvater einen Spion. Und die reisen um die Welt und haben einen Hund dabei, der durchgängig den Gesichtsausdruck macht, den ich während des Gucken des Filmes habe. Und der Hund heißt Bond. Und dann sind die in Österreich, Bayern, keine Ahnung und wollen ein Dessert essen. Und dann kommt ein Bösewicht und sagt, nee, nee, das ist aber mein Lieblingsdessert. Und dann macht der Papa einen Wettkampf mit dem Bösewicht. Wie viel Zucker in den Desserts drin? Ich, kann ich jetzt auch? Ich glaube, du hast den ganzen Film schon erklärt. Ja, oder ich wollte gerade sagen, du hast jetzt die erste Viertelstunde vom Film erklärt. Aber ganz ehrlich, was mich wirklich verwundert hat, also ich habe gefragt, ist das mehr so Kinder-Anime, also Manga-Anime? Und da wurde mir gesagt, ja, es ist schon auch für Kinder geeignet. Und der Film ist jetzt nicht übertrieben brutal, aber ich war dann schon verwundert, als in den ersten Minuten schon mal die ein oder andere Blutfontäne zu sehen war. Ja, ich würde auch sagen, der ist eher für ältere Kinder, so ab acht oder zehn, keine Ahnung. Finde ich eh Quatsch, weil meine Vorstellung war auf Japanisch mit deutschen Untertiteln, das will doch kein Kind sehen. Ja, genau. Also du hast es wunderbar zusammengefasst, ich bin ganz stolz auf dich. Also wir haben hier eine Familie, die sich zusammengewürfelt hat, um, sie existiert eigentlich nur, ähm, weil sie eine bestimmte, wie heißen das nochmal richtig, eine bestimmte Operation durchführen wollen. Operation Stricks, die ja auch oft genannt wird. Wir haben nämlich Lloyd, den Spion, der hat sich hier diese Fake-Familie zusammengestellt, die da besteht aus Jor, dieser Auftragskillerin, und Anja, die Gedanken lesen kann und Bond, der Hund, der kommt später dazu. Der Hund kann nämlich in die Zukunft gucken, auch nur sporadisch, und da Aljani sprechen kann, aber Anja seine Gedanken lesen kann, weiß sie also quasi manchmal, was in der Zukunft passiert. Und, ähm, in diesem Film werden die beiden, äh, die beiden, wird die Familie in ein Land kommen, was wie du sagst, keine Ahnung, Schweiz, Österreich, Bayern. Hm. Weil sie nämlich, weil Anja in der Schule Stellas gewinnen muss, das sind so Punkte, mit der sie dann, äh, dem Ziel von Lloyds Operations-Tricks näher kommen kann. Also es ist überhaupt nicht kompliziert, der Plan. Und an der Schule könnte sie jetzt einen Stellar gewinnen, indem sie bei einem Wettkochen, äh, den Rektor überzeugt. Und Lloyd hat rausgefunden, dass das Lieblingsessen von dem Rektor eben aus diesem, diesem Land kommt. Und deswegen reisen sie dahin, um das nachzukochen. Und dann kommen aber noch 500 andere Storystränge dazu, nämlich dieser Bösewicht mit dem Zucker und überhaupt und alles. Und es war ein wunderbares Chaos, diesen Film anzugucken. Und ich war ganz gespannt, wie du das jetzt so überhaupt geschnallt hast, weil dieser Exposition-Dump von dem Manga eben oder der Serie mit, wie diese Familienkonstellation überhaupt funktioniert, das wird ja im Film so in den ersten fünf Minuten auf einen draufgepresst, schnell von einem Erzähler hinten erzählt. Und du sitzt einfach, ich musste einfach nur lachen, weil ich dachte, wie du da im Kino sitzt, das hat mich sehr gefreut, die Vorstellung. Ich muss dazu sagen, Melanie hatte mir im Vorfeld angeboten, also wir saßen im Kino gemeinsam und hatten noch so fünf Minuten und sie hat mir netterweise angeboten, mir zu erklären, was jetzt genau auf mich zukommt. Aber ich habe dieses Angebot abgelehnt, weil ich ja gesagt habe, nee, ich möchte wirklich unbefangen und komplett blind, also blind, aber da reingehen. Und ich glaube tatsächlich, das war die falsche Entscheidung, weil es gab halt wirklich Sachen, die habe ich bis zum Schluss nicht gerafft. Also, dass diese Anja ihre Adoptivtochter ist, das habe ich am Schluss wirklich erst so richtig mit ihm bekommen. Und wie gesagt, ich habe bis zum Schluss nicht wirklich verstanden, dass halt die beiden gar nicht wissen, welchen Auftrag sie haben und welchen Job sie überhaupt haben. Das ist mir komplett abhandengegangen, weil es halt echt wirklich vollgestopft war. Aber jetzt mal, Melanie, wie war es denn so für dich? Du kennst die Serie, hast du gesagt. War es für dich, vermutlich war es für dich einfacher oder sagst du, auch für dich war es teilweise ein bisschen zu viel? Ähm, also von der reinen, also ich weiß ja schon alles so, im Sinne von, ich muss jetzt nicht die Figurenkonstellation lernen, was ja eigentlich so ein bisschen das Komplizierteste an der Sache ist und dann halt auch noch zu verstehen, was die Mission eigentlich ist. Aber muss sagen, der Film ist halt schon mit sehr vielen Handlungssträngen vollgestopft. und, ähm, ja, ich fand den auch manchmal ein bisschen langgezogen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es hätte ihm besser getan, wenn er einfach ein bisschen kürzerer gewesen wäre. Vor allem, wenn er auch für ein jüngeres Publikum eigentlich ist. Aber an sich, ähm, an sich mochte ich es halt, weil es ist für mich halt gewohntes Terrain so. Also, es ist sehr ähnlich wie zu dem Anime einfach. Und ich freue mich halt immer einfach, die Figuren zu sehen, weil ich einfach, also ich liebe einfach die Figuren total gerne und einfach diesen Humor, den sie mit reinbringen. Deswegen, ähm, deshalb war es für mich eigentlich sehr angenehm, aber ich weiß nicht, wie gut es an sich als Film klappt. Vor allem für Leute, die keine Ahnung davon haben. Ja, also ich, ich fand den nicht zu lang, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er mir lang vorkam. Ähm, ich fand ihn aber nicht, also ich fand ihn nicht so witzig. Also, ich fand ihn jetzt, das sage ich direkt vorweg, ich fand ihn nicht schlecht oder so. Das war jetzt kein Film, der mich geärgert hat, aber ich war, ich wusste nicht, was das alles sollte, weil das ließ mich halt so komplett kalt. Also, ich fand den nicht amüsant, ich fand den auch jetzt nicht, sage ich mal, spannend oder dass da Action-Szenen drin gewesen wären, die mich mitgerissen haben. Und ich habe mich wirklich ganz nett gefragt, also so blödsinnend, was soll das? Also, ähm, ja, ähm, ich, ich war auch in Anführungszeichen überrascht, weil ich normalerweise mit so Anime-Figuren, so wie die gezeichnet sind, und ich meine jetzt nicht von den Strichen, sondern so wie die Figuren so dargestellt werden und, äh, oft echt genervt bin, das war ich auch gar nicht. Ich muss halt wohl, wobei, das stimmt nicht. Ich, ich mache mich jetzt unbeliebt, okay, pass auf. Aber diese Anja, ja, ist, die fand ich wirklich todesnervig. Also, Anja ist für mich so, so das Sinnbild, warum eine Vasektomie eine gute Ausbildung ist. Also, die fand ich wirklich richtig schlimm. Die ist ja sowieso adoptiert, also hinfällig, deine Aussage. Genau, genau. Also, wie gesagt, ich, ich war halt in positiven Überrascht, dass ich das alles nicht nervig fand, außer diese Anja, wobei auch das ging letztlich. Aber ich saß halt die ganze Zeit so da und dachte, was will dieser Film eigentlich von mir? Weil der bei mir wirklich nichts richtig ausgelöst hat. Okay, da muss... Schlucker, wie war es bei dir? Ja, genau, ich rutsche da direkt rein. Also, ähm... Oh Gott, ich wollte so viel sagen. Jetzt überschlagen sich meine Gedanken alle auf einmal. Also, mit Anja. Ich saß auch, ich fang, okay, ich hab's wieder. Also, ich fang auch erst an und war kurz verwirrt und dachte, ach nee, diese Japaner mit ihren konservativen Ansichten, jetzt ist die Dior da und denkt die ganze Zeit, sie ist keine gute Ehefrau. Da war ich kurz angepisst, weil mich dieses Bild von Mann und Frau total genervt hat. Und dann bin ich aber langsam reingeslidet, wie in die DMs. Eines geilen Typen, dass ich wieder verstanden habe, was eigentlich der Humor dieses Films ist. Also, ich glaube, da ist es schon von Vorteil, wenn man die Vorlage kennt. Weil der Anime oder auch der Manga, die sind noch bescheuerter, dass der Humor halt ganz klar ist, hier ist alles auf 180 gedreht. Und jetzt zur Anja. Wie gesagt, du hast schon gesagt, ich bin Illustratorin und ich komme auch aus der Animationsecke. Ich habe auch eine Begleitung dabei gehabt, nämlich die Person, die mir den Manga ausgeliehen hatte, wegen der ich den überhaupt erst kenne. Liebe Grüße gehen raus an Nudi. Nudi und ich, wir haben zusammen bei Daedalic damals Computerspiele animiert. Und sie animiert auch jetzt noch, also falls jemand braucht, fragt Nudi. Und wir haben die Anja ziemlich abgefeiert, weil wir lesen beide gerne Comics, wir lesen gerne beide Mangas und mögen eben auch Anime und sowieso Animationsfilme. Und es ist so witzig zu gucken. Erstmal ist es total witzig, das zu sehen. Und zweitens, als Zeichner bist du ja auch begeistert, wie bestimmte Gesichtsausdrücke dargestellt werden. Also das hat als Mensch, den das interessiert, total Spaß gemacht. Vor allem Anja, weil die eben so übertrieben ist und im Manga dann sogar noch ein bisschen mehr. Ich liebe ihre Gesichtsausdrücke. Ich liebe die. Ich lache mich da wirklich immer weg. Genau, die muss nur irgendwie gucken und es ist schon witzig. Aber du hast vorhin angesprochen, es schwillt jetzt so ein bisschen unten drunter. Aber findest du denn, dass man den Film gucken kann, wenn man die Vorlage nicht kennt oder nicht? Man kann alles gucken. Also ich war halt so verwundert, weil ich bin halt einfach nicht der große Anime-Experte oder Fan, ich versuche mich gerade so ein bisschen ranzutasten, weil ich halt so, also ich kann es ja hoffentlich ehrlich ausdrücken, mein großes Vorsatz für dieses Jahr war, mich so ein paar Sachen für mich zu stellen, die sonst nicht so in meiner Komfortzone sind. Das sind halt hauptsächlich Animes und Musicals. Und bei Musicals hatte ich schon ein paar gute Erfahrungen. Deswegen dachte ich jetzt, nutze ich das hier mal, um halt so reinzukommen. Was heißt reinzukommen? Aber es ist um es zu versuchen. Und ich finde schon, ich konnte diesen Film gucken. Irgendwann habe ich auch so im Groben verstanden, worum es geht. Aber es war halt durchgängig so, dass ich immer dachte so, ja, das ist ein Film, aber es ist nicht mein Film. Also ich bin diesem Film absolut nicht böse. Ich bin auch absolut fein damit, dass Leute sagen, das ist ein guter Film und andere werden sagen, es ist ein schlechter Film. Für mich ist es einfach ein Film. Und sobald diese Besprechung ja fertig ist, werde ich ihn vermutlich auch schnell wieder vergessen haben. Ja, aber auch handwerklich. Weil ich einfach nicht... Ganz kurz über dich. Ganz ehrlich, pass auf, pass auf. Das ist doch gesagt. Pass auf. Eins sollte klar sein. In Sachen Animation, Grafik, etc. bist du wesentlich um Lichtjahre mehr im Gebiet drin als ich. Aber diese ganzen, diese Gesichtsausdruck finden sich an. Ja, ich fand die nur todesnach. Ja, okay, das verstehe ich. Aber jetzt zum Beispiel die Kämpfe, wenn Yor kämpft. Da unten auch gegen dieses was weiß ich was es ist. Wir wollen ja auch nicht Spoiler. Das war so gut. Das sah doch geil aus. Das war so gut. Ich weiß nicht warum, aber das ist so eine Stilistik oder eine Ästhetik, die mich halt einfach echt kalt lässt. Ich kann dir auch gar nicht sagen warum. Weil es so verzogen ist, also sehr viel mit Räumlichkeit gearbeitet auch. Ich glaube, das ist mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht einfach dieses Übertrieben. Es ist immer so wild gestikulierend. Das ist auch die eine Sache. Ich habe mal, Gott, ihr werdet mich jetzt alle erschlagen. Ich habe mal eine Folge Dragon Ball gesehen. Und ich konnte das nicht ab. Dann haben die sich da irgendwie, aha, das war mein 5, 18, 20er Dragon Super Punch. Ja, aber jetzt komm hier. Das ist einfach, das ist so ein bisschen auch wie mit dem, ich sag mal, indischen Blockbuster-Kino. Das ist alles so nochmal überhöht wird und nochmal eine Gestik extra drauf. Und das ist, das lässt mich einfach kalt. Okay, das ist hier ja nochmal extra. Es soll ja persiflierend sein. Genau, also zum Beispiel, ich habe es tatsächlich als Persiflage nicht wahrgenommen. Ich habe für mich eine Persiflage im Anime-Bereich, da habe ich die erste Staffel sogar sehr gerne gesehen, war One Punch Man. Das war für mich als Persiflage ganz eindeutig erkennbar. Und hier bei Spy X Family oder Spy M Family war es für mich halt einfach normal. Also Anime-Standard. Kann ich da einhaken? Also ich hatte das Problem tatsächlich auch mit Anime. Und ich habe vor drei Jahren gar kein Anime geguckt, weil ich es nicht mochte. Und es lag vornherein auch an der Animation, weil die mir einfach zu drüber war immer. Und man muss halt irgendwie einfach mit dem richtigen Anime anfangen. Den musst du auch irgendwie finden. Ist jetzt auch gar nicht so einfach, weil Leute empfehlen dir sehr viel Stuff, aber die sind dann halt meistens auch schon länger Animes gewohnt. Ich finde, es ist wirklich eine Sache, man muss sich dran gewöhnen. Und dann kann man auch ein bisschen, ich sag mal, die abgedrehteren Sachen sich angucken. Das ist zumindest... Und das hier wäre was Abgedrehteres auf jeden Fall. Ich denke wahrscheinlich schon, oder? Ja, du hast total recht. Es ist ja auch wie mit den Mangas. Die lest man ja von, also andersrum, von rechts nach links. Und zum Beispiel auch, hier, jetzt mache ich kurz einen wilden Schlenker. Ihr kennt ja Emojis, ne? Emojis kennt er, kennt er, ne? Und es gibt ja das Emoji, was einen Schweißtropfen oben dran hat. Kennt ihr, was lächelt? Was ich total oft benutze. Also, hä, hä, ja, sorry, ey. Und ich kenne aber ganz viele Leute, die checken gar nicht, was der bedeutet. Also, die sehen den und wissen nicht, wie man den liest. Oh. Also, dass du halt, du lächelst, aber hast oben, wir checken nicht, dass das ein Schweißtropfen ist, weil der eben so ein bisschen, ja, okay, ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber lol, ey. Genau. Und so ist es, aber du, du verstehst den, oder? Das Emoji jetzt, oder? Das Emoji, ja. Tatsächlich habe ich den Schweißtropfen, ich kenne ja deine Emojis, du benutzt ja häufig auch bei mir. Der Schweißtropfen fällt mir meistens beim sechsten Blick drauf. Also, ich sehe immer nur das Lächeln und denke mir, okay, ich glaube, den Bitz fand sie lustig. Ja, genau, aber das heißt ja nicht, dass ich den lustig finde, sondern, dass ich, ist beschämend lustig. Also, ist so eine Kombi, genau. Auf jeden Fall ist es, schleicht es sich auch in unseren Alltag ein und wie Melanie sagt, man muss da wirklich auch ganz viel erst mal lesen lernen. Aber, ja, du hast doch bestimmt Akira gesehen, oder? Äh, nein. Okay, dann hast du das, okay, das ist cool. Ich habe Ghost in a Shell gesehen, also den habe ich wirklich gesehen und den fand ich auch ganz gut. Okay, cool. Ähm, und ich bin sogar dran, also ich habe jetzt von einer Kollegin, sage ich mal, eine Empfehlung bekommen, die ich jetzt auch sehen möchte. Ich habe übrigens Ende letzten Jahres auch Der Junge und der Reier im Kino gesehen und fand den angenehm, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, der hat mich jetzt irgendwie begeistern können. War das dein einziger Ghibli-Film bis jetzt? Also im Kino, ja, aber davor habe ich schon ein paar andere Ghibli-Filme oder Ghibli-Filme gesehen. Aber da sage ich jetzt besser nichts zu, weil da mache ich mich echt komplett umsetzt. Okay, okay. Ähm, ähm, und ich werde mir in den nächsten Tagen auf Netflix so Zumo, glaube ich, heißt der, weil der mir jetzt empfohlen worden ist und der wurde mir halt ans Herz gelegt, weil gesagt wurde, dass der wohl, also auch erzählerisch gut ist. Und wie gesagt, mein Ziel ist halt ein bisschen mehr Anime zu gucken und wenn ich halt irgendwann merke, ich komme damit nicht klar, komme ich damit nicht klar. Das ist ja auch okay. Das ist ja absolut okay. Hast du Jorneln gesehen? Okay. Den kannst du auch gucken. Ja, von denselben Machen. Das ist halt ein bisschen seichter, jetzt böse gesagt. Ich habe gerade das Gefühl, wir arbeiten gerade an so einem Spin-off von Schocker mit Schlapper. Also ich muss, ja, okay. Genau, das Spin-off. Du hast es ja auch letztes Mal so verkauft, dafür, dass ich für die Horrorfilme gucke, guckst du jetzt für mich Animes. Aber ich muss hier ganz klar sagen, also hier Spy X Family, obwohl ich den Film gut fand, den würde ich nicht jemandem empfehlen, der nichts mit Anime zu tun hat. Da muss man ganz klar andere Filme gucken. Der ist viel zu überdreht und wie ihr auch beide sagt, und das sehe ich auch genauso, und selbst ich muss ja, wie gesagt, erst reinkommen, da muss man schon verstehen, um was es hier generell geht, damit man das überhaupt versteht, was die hier wollen mit dem Humor und allem. Ich glaube, mein Take ist einfach das Problem, du musst einfach die Figuren kennen und du musst schon vorher mit denen connecten, sonst ist dir der Film egal. Ich glaube, das ist, glaube ich, mit das größte Problem hier an der Sache. Was mir halt aufgefallen ist, wir haben ja wie alle drei im Kino geguckt und das waren auch ganz deutlich, da waren halt die meisten im Zuschauerraum auch Leute, die da Fans sind. Ja, ich hatte aber nicht das Gefühl, dass der Film, also während der Sichtung, so gut ankam. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das Publikum mitgeht. Ich weiß nicht, Melanie, ist die auch so vorgekommen? Ich dachte, es wird mir gelacht und ich habe überraschenderweise auch gar nicht so viel gelacht, wie ich bei der Serie lache. Das liegt unter anderem daran, dass ich irgendwie finde, bei diesem Film hier, dass der Humor tatsächlich ein bisschen mehr drüber war als sonst. Ah, also meine Mitguckerin, die die Serie auch gesehen hat, meinte, dass die Serie lustiger sei, glaube ich. Und dass Anja auch witziger ist. Ich finde die Serie lustiger, ich finde auch Anja in der Serie angenehmer. Okay. Ja. Aber trotz alledem, ich, also bei uns wurde öfter gelacht, es waren auch Kinder drin, habe ich nicht verstanden. Ich habe ja auch, ja, und ich habe auch gerade nochmal geguckt, was ist die Altersfreigabe? Ist es zwölf? Ich glaube sechs. Ich meine ab zwölf. Sechs finde ich auch ein bisschen crazy. Ah, das hatte mir doch die Frau gesagt, aber ich, nee, meinte... Also, ich werde mal kurz nachforschen. Okay, und so lange rede ich einfach weiter. Also es gab da eine Szene, ich habe schon viel absurdere Mangas gesehen. Ich vergesse immer, ich glaube Axel Saga heißt der, der mir jetzt vorschiebt. Das ist eine Empfehlung, der ist so ultra bescheuert und auch total sexuell. Aber das ist wirklich, da ist auch viel Meta-Humor drin. Da geht es um so eine Superheldin, Axel Saga, wie gesagt, der ist richtig überdreht. Und das ist der hier ja nicht. Aber er hat so eine Szene, die mich eben ein bisschen an Axel Saga erinnert hat, von der Überdrehtheit her, und zwar die, wo eine Person nicht aufs Klo möchte. Und da habe ich schon sehr gelacht, weil diesen Humor habe ich dann, habe ich groß gefeiert. Der war tatsächlich für mich so ein bisschen drüber. Ja, also im Vergleich zur Anime-Serie, ich finde die Anime-Serie, die ging manchmal nicht so weit. Okay, ja, ich habe die Serie ja wie gesagt nie gesehen und nur den ersten Band gelesen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich werde es auch nicht weiterlesen, weil ich mag Geschichten, die abgeschlossen sind. Und das ist generell mein Problem bei Animes und auch bei Superhelden-Comics, dass die nicht abgeschlossen sind, weil ich will nicht endlos lesen. Aber hier, deswegen war ich auch vielleicht nicht so an irgendwas gebunden. Ich war nicht mit irgendwas so verliebt, was ich eben kenne oder hatte auch keine Erwartungen dran. Und deswegen hat dieser, ich sage es jetzt einfach, dieser Kackergott hat mir ziemlich gut gefallen. Okay, ich gehe nochmal kurz zurück zur FSK. Da kann ich leider keine Infos geben, weil es noch keine FSK gibt. Es gibt nur eine für den Trailer und der ist ab 12 und der Film hat auch keine offizielle FSK-Freigabe. Das heißt, die wird noch in den nächsten Tagen kommen. Das heißt, vermutlich, wenn ihr das hier hört, wird es eine FSK-Freigabe geben. Ich für meinen Teil würde sagen, das ist für mich ein FSK-12-Kandidat. Der hat halt schon ein paar brutale Momente, aber jetzt nicht so brutal, dass ich sage, dass man da mit 12 nicht zurecht macht. Aber wenn der Trailer ab 12 ist, dann gibt das dann nicht auch Sinn, dass der Film ab 12 ist? Ja, man muss ja immer gucken, weil Trailer ja immer auch teilweise der Kontext auch fehlt. Und ich sehe auch gerade, es gibt auch einen Teaser, der ist ab 6. Okay. Also das heißt, wenn man im Trailer zeigt, dass jemand jemanden umbringt, dann ist es ab 12. Aber wenn du im Film dann zeigst, der bringt den um, weil er sich verteidigen muss, um seine Katze zu retten, dann ist es dann ab 6 oder so. So eine komische Logik. Ja. Eine Sache, womit ich auch meine Probleme habe, das hat halt nichts mit Anime zu tun. Ich finde halt einfach, die Figuren, gerade halt eben die, wie heißt der Lloyd und diese Jor, die sind mir einfach zu perfekt. Also alles, was sie machen, ist halt perfekt und die schaffen immer alles, außer es passt halt zur Handlung. Und das fällt mir immer schwer, mit solchen Figuren auch nur annähernd irgendwie mitzufiebern. Das sind Figuren, die mir halt immer, ich sage es ganz klar, echt einfach egal sind. Ja. Das passt ja zu dem, was Melanie gesagt hat. Ja. Lloyd ist halt ziemlich perfekt, finde ich, auch im Anime. Ähm, Jor hat eigentlich schon ein bisschen mehr ihre Mängel, in dem Sinne, das ist auch das, womit sie so gestruggelt hat über den Film. Das wird halt im Anime mehr ausgebaut. Sie hat halt konstant Angst, dass sie quasi nicht gut genug ist als Schein-Mutter und Schein-Ehefrau. Das ist, ja, aber da muss ich auch Schlöckerrecht geben und das tue ich nicht gerne, aber das ist schon echt übel, dass sie, gerade sie als Sorge hat, so hoffentlich werde ich als Mutter gut wahrgenommen. Ja, man muss das aber auch ein bisschen in den Kontext sehen, in dem die Serie spielt. Und da wollte ich dich sowieso fragen, hast du eigentlich verstanden, wo diese Serie spielt? Nein. Ich habe, es gab wirklich ein paar Fragen, die ich mich währenddessen gestellt habe, aber die Hauptfrage war tatsächlich, was ist das für ein komisches Dessert, warum ich da habe ich mich auch gefragt. Nee, also die Serie, die spielt tatsächlich in so etwas, was, ähm, es ist angelehnt an, ähm, die Bundesrepublik und DDR. Deshalb spricht man auch die ganze Zeit vom West-Ost-Konflikt so. Und Lloyd ist halt ein Spion aus dem Westen, der quasi jetzt in der DDR, also in West-Tales und Ost-Tales, ne, ähm, quasi wohnt. Und zum Beispiel die Hauptstadt heißt Berlin, also einfach Berlin mit T. Und es gibt halt ganz viele Städte, die einfach nur umbenannt wurden und sowas. Also da muss man dann auch sagen, okay, theoretisch würde die Serie dann in, ne, halt in der früheren Zeit auch spielen, so, wo es halt alles ein bisschen mehr oldschool-y war. Ja, ich hatte schon das Gefühl, also mir war klar, das spielt in einer, sag ich mal, nativen oder fiktiven Welt. Ich fand's nur irgendwie von der Stilistik her, ich weiß nicht, hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Also da hätten sie für meinen Geschmack gerne noch ein bisschen, ja, fantastischer sein können, ein bisschen fiktiver. Es wirkte halt einfach so, ja, um es böse zu sagen, so stellen sich Japaner halt Österreich oder Bayern vor. Ja, okay, wo die wohnen. Aber klar, man muss damit klarkommen, als Feministin ist es manchmal schwer oder als feministisch eingestellter Mensch so einen Film zu gucken, ich will jetzt nicht sagen. Solidaritätsschwester. Genau, also Feministen sollen ja nicht nur Frauen sein, sondern es geht ja um faire Behandlung für alle. Und hier ist es halt wirklich so, der Typ ist halt perfekt, macht sich überhaupt keine Gedanken um nichts, kümmert sich auch nicht ums Kind. Und die Frau hat halt die Rolle hier, ich muss gefallen, ich muss ihm gefallen, ich muss die perfekte Ehefrau sein. Nein, das muss man in dem hier einfach annehmen, sonst wird man da wirklich gar nicht glücklich. Sonst sollte man die Sache überhaupt nicht gucken. Es ist mir auch in dem Film extremer aufgefallen, muss ich sagen. Und es hat mich auch ein bisschen gestört. Also ich gehe da eigentlich schon mit. Ich wollte es jetzt nochmal ein bisschen verteidigen, weil es im Anime halt auch so ist. Aber hier fand ich es tatsächlich auch extremer. Also so ein paar Sachen sind hier irgendwie im Vergleich zum Anime einfach ein bisschen nochmal überhebt worden. Ja, oder du siehst, wie dein Typ eine andere küsst und dein erster Gedanke ist, oh Gott, ich bin nicht gut genug für ihn. Ja. Was kann ich tun, um besser zu werden? Ja. Und dann dieses mit den Fremdgehregeln und sowas. Es war nur... Ja, okay, die sind ja offensichtlich völlig absurd. Aber wenn man sich vorstellt, dass es Leute gibt, die wirklich so denken und du am Anfang noch nicht ganz checkst, wie der Humor funktionieren soll, dann wirkt es natürlich auch ultra gut. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe auch erst spät irgendwie richtig begriffen, dass es ja noch diese andere Agentin gibt, die irgendwie in diesen Leuten verschossen ist. Die kannte ich gar nicht. Also ich habe ja nur den ersten Band gelesen. Ja, die kommt dann auch gleich vor. Ich kenne die nicht, ich kenne den Bruder nicht, ich kenne tatsächlich den Hund nicht. Das hat mir aber Nudi dann erzählt. Den gibt es im ersten Band auch noch nicht. Aber das hatte mir Nudi erzählt und das fand ich schon so absurd, dass ich schon ein bisschen lachen muss. Aber das ist auch ein Problem, was ich sehe. Ich zum Beispiel, ich habe diese ganzen Nebenfiguren gesehen, also die Spionin, den Bruder und dann auch noch diesen einen Typ, der mit diesem wuscheligen, der Lockenkopf mit den schwarzen Haaren, wo Leute den einmal angerufen hat. Das waren halt auch wieder so Figuren, die kennt man halt aus dem Anime und die liebt man auch so, weil die auch total viel Witz reinbringen. Und ich musste auch immer schmunzeln, wo dann Szenen mit denen kamen, aber dann dachte ich mir auch so, habe ich eigentlich auch so zu Stu rüber geguckt und dachte mir so, der kann damit ja auch gar nichts anfangen, weil er kennt die Leute nicht. Und da fand ich auch in der Übersetzung ein bisschen weird. Also sie sagt ja immer Senpai, weil es ja halt so ein Ding ist, oh Senpai noticed me. Aber unten in den Untertiteln stand immer Twilight, also sein Codename. Und da habe ich mich dann auch gefragt, warum die das dann nicht mit Senpai oder eben die korrekte Übersetzung von Senpai übersetzt haben. Ja, ich finde es in der Hinsicht halt ein bisschen schade, weil der Film kommt ja am 23. April in zwei Fassungen raus. Einmal original mit Untertiteln und einmal halt in der deutschen Fassung. Und ich weiß nicht, ob es mir jetzt so viel geholfen hätte, aber ich glaube halt, wenn du halt gar keine Ahnung hast wie ich und musst dann auch diese Untertitel mitlesen, ich glaube, das irritiert nochmal ein bisschen mehr. Ich glaube, in der deutschen Fassung hätte ich, wäre es für mich, glaube ich, ein bisschen einfacher gewesen. Also du wirst also quasi sagen, wenn man schon keinen Bock auf den Film hat, dann geht man dann rein, aber dann in die synchronisierte Version. Ja, weil, ganz ehrlich, wer liest denn noch Fragen? Ich fand aber, ich habe die Trailer auf Deutsch gesehen und ich fand Anjas Stimme irgendwie so schlimm auf Deutsch. Ah, weil du ihn noch nie auf, weil du den Anime auch im Original guckst? Ja, das ist wahrscheinlich deshalb einfach, keine Ahnung. Eine Frage aber, wo genau innerhalb der Handlung der Serie spielt der Film jetzt? Spielt er zwischen den Staffeln, nach den Staffeln? Das ist jetzt mein Take und ich weiß nicht, ob der stimmt, weil ich die Mangas nicht kenne, ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber ich... Du bist nicht von. Schade. Aber mir ist aufgefallen, ich glaube, dieser Film ist irgendwie ziemlich unrelevant für die ganze Handlung, die noch kommt. Also, das Ding ist halt, ich glaube, man muss den nicht gesehen haben, weil im Prinzip sich nichts verändert. Innerhalb dieses Films. Aber ist doch bei den... Ist das nicht bei vielen Animes so? Das ist bei... Bei vielen Anime-Filmen, meine ich. Darüber habe ich auch nachgedacht. So wie One Piece habe ich auch den Eindruck. Das ist doch immer nur so ein Goodie, was man gucken kann, wenn man gerade noch auf den nächsten Band wartet oder auf die nächste Folge. Genau, also es gibt Anime-Filme, auch bei My Hero war das so, die musst du nicht gucken. Die sind einfach nur, kannst du haben, musst du aber nicht, ne? Aber es gibt dann auch wieder Anime-Filme, wie zum Beispiel, das war bei Jujutsu Kaisen so, den musst du gesehen haben, um die zukünftige Handlung verstehen zu können. Äh, okay. Das wäre natürlich praktisch, wenn man das vorher wüsste. Aber hier, ich, ganz ehrlich, ich denke nicht, dass das viel... Ich glaube, das wird jetzt in den neuen Folgen, wird das gar nicht aufgegriffen. Warum irgendwie auch? So viel Relevantes ist nicht passiert, im Endeffekt. Ja, genau, es ist ja eigentlich gar nichts passiert, wenn fünf Millionen Sachen passieren. Ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen das, wo ich jetzt so ein bisschen ernüchtert jetzt da sitze, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich hatte an sich eine gute Zeit, aber irgendwie, man braucht das eigentlich nicht. So, dann ist doch hier die brennende Frage, Stu kann eigentlich nichts damit anfangen und guckt es nur, weil er sich ein bisschen erweitern möchte. Du als Fan sagst, dass man den gar nicht gucken muss. Für wen ist denn dieser Film jetzt eigentlich? Wem können wir den denn empfehlen? Für Nudi. Für Nudi, ja. Was meinte sie denn eigentlich? Ja, also wie gesagt, sie fand, dass der Humor und die Figuren in dem Anime besser funktionieren, also in der Serie und im Manga auch, dass Anja da auch besser funktioniert. Aber wir haben halt ein bisschen die Animation abgefeiert, dass der Film halt schon richtig geil aussah. Also wie die Serie nur noch ein bisschen besser. Ja. Ob das dann über den Inhalt, wir haben nicht groß über den Inhalt gesprochen tatsächlich. Aber da mal eine kurze Frage. Also ich habe ja diesen Der Junge und der Reiher gesehen und ich finde schon, dass man aus meiner Perspektive, aus der Perspektive eines Noobs, eines Unwürdigen, also ich fand die Animation jetzt bei Spy X Family nicht schlecht, aber an solche Sachen wie jetzt Der Junge und der Reiher, finde ich, hat das nicht anders. Nee, das ist ein ganz anderer Stil. Das ist ja 2D-Animation in Ghibli-Filmen. Also das ist so ein bisschen wie, wie soll ich es ausdrücken, du merkst halt schon bei so alten Disney-Sachen, was für Disney-Videokassette gemacht worden ist und was wurde fürs Kino gemacht. Moment, weil du sagst 2D, ist Spy X Family 3D und gemappt? Das weiß ich nicht. Was? Nein, das ist wie 2D. Nein, ich habe das gerade gesagt, aber ich weiß es nicht. Achso. Nee, ich glaube nicht, da ist schon 2D-Animation. Nee, ich meine, es ist dieses, was ich meinte mit 2D und es ist ja auch gezeichnet. Aber Spy X Family doch auch. Das, ja, kann sein. Aber wurde nicht zwischendurch auch CGI benutzt dann? Ja, auf jeden Fall und 3D war auch da. Ah ja, okay. Okay. Ja, klar. Okay, gut, dass wir es geklärt haben. Ich war nur gerade irritiert, aber wenn ich dann nicht erkannt hätte, dass das eigentlich 3D war, dann wäre ich jetzt Hardcore. Nee, ich glaube, du hast auch mehr Ahnung davon. Um ehrlich zu sein. Okay, also klar, hier Der Junge und der Reihe ist natürlich ein ganz anderer Stil. Die machen ja Filme nur fürs Kino oder so Langzeitfilme. Und hier so Animefilme, die zu einer Serie dazugehören, die haben eigentlichen, vor allem die Serien, haben oft einen ziemlich beschissenen Stil, weil die wollen halt einfach nur raushauen und raushauen. Und man kennt das ja sowieso, die Animes sind ja oft, haben sehr wenig Frames pro Sekunde, dass man ganz wenig Bilder braucht. Oft sieht man einfach nur ein Gesicht und es bewegt sich nichts außer der Mund. Also möglichst wenig Aufwand. Und dafür ist das hier schon eine sehr hohe, hochwertige Produktion. Man muss sagen, das ist ja das WIT-Studio. Und die haben zum Beispiel auch Attack on Titan Staffel 1 bis 3 gemacht und auch Vinland Saga. Und das sind eigentlich so Animes, die doch sehr für ihre Animationen auch gepriesen werden. Kurze Frage, Attack on Titan, war das da, wo du gesagt hast, muss ich gucken, weil da geht es um einen Typen, der sterben möchte? Das war Evangelion. Aber warte, ich will nicht spoilern. Okay, das ist zum Beispiel alles nichts für mich. Das ist für mich so abgespaced. Ich bleibe lieber bei meinem Dragon Ball, zumindest bis Band 17, wie gesagt. Und bleibe auf der Erde, alles noch, alles vor Dragon Ball Z. Und ganz basic bin ich da. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, wir könnten langsam mal so in Richtung Fazit marschieren. Lass uns eine Stunde über diesen Film sprechen, der ist wichtig. Bitte, bitte, bitte. Ihr könnt gerne weiter. Ich höre euch wirklich, also ich meine das ernsthaft, ich höre euch wirklich gespannt zu. Also so ist es nicht. Aber wenn ihr noch wollt. Außer ihr sagt jetzt, nee, wir haben auch nichts mehr und dann können wir gerne ein Fazit machen. Ja, wir können zum Fazit machen. Ja, ich habe glaube ich auch gar nichts mehr. Okay, dann schiebe ich mir hervor und ich werde mein Fazit komplett abkürzen. Und zwar mit einem Wort, was gleichzeitig mein Ausdruck für diesen Film ist, aber auch ein Charaktername aus diesem Film. Nämlich, ja, das wäre mein Fazit gewesen. Und Snogger, machen wir heute weiter. Also ich fand den unterhaltsam. Ich kann, wie gesagt, nicht sagen, ich war so ein Zwischending zwischen euch. Vielleicht war ich dann die perfekte Balance. Ich hatte keine Erwartung dran, aber ich komme auch mit dem Medium Anime klar. Und wenn man dann im Humor drin war und eben über diese bestimmte Kritiken mit der Frauenrolle hinwegsehen kann und auch Spaß hat an Gesichtsausdrücken und diesem bescheuerten Humor eben, dann kann man den Film, da hat man damit seine Zeit nicht verschwendet. Aber ob man da ins Kino füllen muss, das würde ich jetzt hart hinterfragen. Melanie, bitte. Ja, also es klingt jetzt irgendwie so bei mir, glaube ich, als ob ich den Film jetzt nicht empfehlen kann. Ich meine, wenn man den Anime mag und wenn man halt Spaß mit den Figuren hat, dann ist es einfach so, das ist nice to have. Wenn man gerade irgendwie das Geld übrig hat oder so oder einfach richtig Bock drauf hat, dann kann man da einfach reingehen und man wird jetzt auch keine schlechte Zeit haben. Aber es ist kein Muss, weil ich denke, es wird keine starken Konsequenzen auf den Lauf der Anime-Serie haben. Deshalb fühlt euch jetzt, glaube ich, auch nicht gezwungen, den jetzt unbedingt sehen zu müssen. Wenn ihr ihn einmal gucken wollt, dann nochmal hier die Info. Am 23. April startet er in deutschen Kinos. Ich glaube, der läuft auch nur für ein paar Tage, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist ja wie so ein Anime-Sonderstart. Ich weiß das nicht. Ihr werdet das jetzt noch ausfüllen. So, damit sind wir hier durch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Und wenn ihr jetzt sagt, meine Fresse, das war ja total toll. Also gut, dieser Stu ist halt ein Idiot, aber die beiden Mädels, die waren ja richtig fantastisch. Da habe ich eine richtig gute Nachricht für euch. Diese beiden jungen Damen, diese eine junge Dame und Schlogger, sind auch im Internet aktiv. Da hätten wir einmal, die Melanie hat einen eigenen YouTube-Kanal. Empfohlen von Robert Hoffmann und David Hain. Das muss man auch mal sagen, ja. MelanieKali.de. Melanie, wisst ihr, wie sie schreibt? Na einfach K-A-L-I. Richtig, ne? K-A. Genau. Der macht die werte Frau sehr schöne Videos zu filmen. Aktuell hat sie die Alien-Reihe besprochen. Du bist noch dabei, ne? Ja, jetzt kommt noch. Oh nein, ich sag's nicht, was jetzt kommt. Oh, wie heißt's? Ich sag den Namen nicht. Alien Covenant kommt noch. Okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Ein letztes Video war das zu Alien 4. Das war sehr interessant und informativ. Haut da mal rein. Haut da mal rein. Haut da nicht rein. Nein, hört da, hört. Genau. Ach, sorry. Ich bin durch. Aber das muss jetzt auch los werden. MelanieKali, der YouTube-Kanal, der extra klasse. Und wenn ihr jetzt sagt, YouTube ist auch super, aber ich brauche ein bisschen was Künstlerisches, dann habe ich noch eine Empfehlung, nämlich Schlogger.de, die Webseite von unserer wunderbaren Schlogger. Es gibt auch einen Schlogger-Shop. Da könnt ihr Sachen von Schlogger kaufen, ich weiß nicht, die abgestellten Fußnägel oder so, oder Bücher, je nachdem, was euch lieber ist. Und außerdem findet ihr Schlogger auch überall bei Social Media einfach den englischen Artikel The und Schlogger noch dranhängen. Und ihr findet sie, glaube ich, überall, außer, glaube ich, bei TikTok, oder? Wißt du nicht? Doch, bin ich auch. Ja, da bin ich auch, da habe ich mal angefangen, meine Comics dann vorzulesen, weil es muss ja irgendeinen Mehrwert haben. Aber wer weiß, wie ich das weitermache. Alles unter der Schlogger. Und hier, diese wohltuende Stimme, die ihr zwischen unseren beiden anderen wohltuenden Stimmen gehört habt, die ein bisschen tiefer klang. Ah, nee, das war Melanie, die wurde schon vorgestellt. Nein, also, das ist unser guter Stu, der hier bei jeder Besprechung fast dabei ist. Den findet ihr zum Beispiel auf Teleboxd, ach, kennt ihr ja, ihr Filmleute, unter Stu. Teleboxd, was ist Teleboxd? Ich sage immer Teleboxd, ne? Ich meine Letterboxd. Du kommst doch auf Teleboxd. Ich meine genau, das ist was Neues. Ja, das ist was Neues vom Tele-Stammtisch, nur über uns. Letterboxd heißt der Quatsch. Da könnt ihr gucken, Stu hat dieses Jahr wahrscheinlich schon 300 Filme geguckt. Und er schreibt immer sehr schöne Rezensionen darüber, die sind wirklich toll. Und auch spoilerfrei, wenn ihr möchtet, sonst wird es ja markiert da. Da könnt ihr, findet ihr ihn unter Stu4U, also Stu4U. Und das ist auch ein bisschen Werbung für den guten Mann hier. Juhu. Ach, das ist wunderbar. Vielen Dank. Ich glaube, mit so einer wunderschönen Einigkeit können wir jetzt wirklich sagen, auf Wiedersehen. Ich sage Tschüss, dann sagt die Melanie Tschüss und der Schlucker gebührt das letzte Wort. Tschüss. Ciao, Kakao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.